Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe und zwar zur Review zu Friday Night Smackdown. Am 4. Oktober 2019 fadet es statt und am Ende ist natürlich wie immer der Mischa. Guten Tag. Es ist die 1050. Ausgabe von Smackdown aus dem Stable Center in Los Angeles, Kalifornien vor 17.588 Zuschauern fand diese Show statt. Und man kann so viel sagen, ja, es hat sich natürlich was getan im Vergleich zur Smackdown der Vorwoche. Einerseits, es findet am Freitag statt, wie zur guten alten 2008er Zeit, wo es ja auch Freitag stattfand. Also deswegen auch der Name Friday Night Smackdown, nicht mehr Smackdown Live. Neuer TV-Sender mit Fox, wie wir es ja schon seit Wochen herausgefunden haben. Und ja, ein großer Hype für diese Show gewesen, also auch groß promotet für diese Show. Und meine Frage an dich, was hattest du so für Erwartungen und wurden sie erfüllt? Ja, also es wurde ja viel drüber berichtet, dass ja wenn die WWE auch Fox sein wird, dass die Leute von Fox sehr, sehr engagiert sind, es auch zum Laufen zu bringen. Weil man hat ja Smackdown oder die WWE aus einem Grund geholt und zwar ist es, dass die WWE einfach konstant immer ihre Ratings bringt, auch wenn sie jetzt runtergehen. Aber sie haben eigentlich, sie sind eine Show, die Woche für Woche halt konstant ihre zwei Millionen Zuschauer hat, plus, zwei Millionen plus. Egal wie scheiße die Show ist und deshalb wurden die WWE von Fox engagiert und ja, bevor es da weiter reinscheißt, haben sie ja, wurde ja verkündet, dass die da ja gut einsteigen und das laufen lassen wollen. Und es sollte sportlicher aufgezogen werden und keine Ahnung. Und dementsprechend war ich halt auch schon ein bisschen gehypt, dass es einfach eine spaßige Show wird. Dass zumindest die erste Show extrem cool wird mit den ganzen Leuten, die angekündigt wurden. Also ich glaube, Austin war mit dabei und Rock wurde angekündigt und ich glaube sogar Sting und Goldberg und was weiß ich. Was da draußen am Ende wurde, kommen wir gleich zu. Und ja, also es war, es fühlte sich nicht nach 0815 Smackdown an. Es war eine besondere Show. Aber es war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, ich kann es auch so vorwegnehmen. Das war auch nicht die Smackdown-Ausgabe, die ich mir so vorgestellt habe. Man hat es in den Medien viel gehört oder viel berichtet. Wurde immer wieder das Smackdown anders aufgezogen. Dass es quasi so, ich sag mal, in Anführungsstrichen neue Ära startet. Sag ich jetzt mal, dass es auch viel anders sein wird. Und es vielleicht auch so ist, wie wir es vielleicht auch nicht kannten. Oder es so wird, wie wir es vorher noch nie gesehen haben. Wo ich auch gedacht habe, okay, cool. Bin ich mal sehr gespannt. Hab mich auch darauf ein bisschen gefreut. Weil ich muss persönlich sagen, die Woche so bisher, so, ich sag mal, Raw war in Ordnung. NXT war stark. AEW, was ich gesehen habe, war in Ordnung. Haben wir auch zu allen drei Ausgaben, haben wir eine Review gemacht. Beziehungsweise zu Raw haben wir eine Ausgabe gemacht. Und zu AEW und NXT haben wir so ein neues Format gemacht mit den Wednesday Night Wars. Was so an den Monday Night Wars, so dieses Format ungefähr. Und ja, hab mir natürlich auch gedacht, okay, so die Woche bisher ist ganz gut gelaufen. Aber da kommt Smackdown am Freitag. Finde ich persönlich eine sehr, sehr geile Zeit. Also ich find's cool, dass man jetzt umgestellt hat von Freitag auf Samstag. Finde ich eigentlich sehr angenehm persönlich. Weil da man auch mehr die Chance hat, auch erst live zu gucken, als jetzt von Dienstag auf Mittwoch. Was jetzt vielleicht nicht ganz so einfach ist. Und von Freitag auf Samstag, das klappt eigentlich immer. Das ist für mich angenehm. Ob ich das jetzt immer mache, ist eine andere Sache. Aber finde ich sehr viel angenehmer, sag ich jetzt mal. Und da hatte ich eigentlich auch gerade was halt aufgemacht. Oder hab ich mir schon gedacht, okay, vielleicht die erste Show wird vielleicht richtig cool. So ein Knaller, sag ich mal, wenn ich mich so damals erinnere, vom Roster-Split, wo der eingeführt wurde. Da war ja die erste Raw-Ausgabe eine richtig geile Ausgabe. Und so ähnlich hat man sich vielleicht auch ein bisschen gehofft. Aber wie du es auch schon gesagt hast, das, was ich gehofft habe, ist nicht eingetreten. Um es schon mal vorwegzunehmen. Die Ratings sind 3,8 in der ersten... Nee, 3,9 in der ersten und 3,8 Millionen in der zweiten Stunde gewesen. Zuschauer. Ja, ist obviously höher wie sonst. Smackdown ist ja so immer an den... War 2, 2,1, 2,2 so rumgetingelt. Ist natürlich jetzt gleich in 1,5 Millionen Aufschwung. Ähm, ja. Selbiges, was ich bei AEW gesagt habe, gilt auch hier. Es war einfach die Debüt-Show. Es wurde zu Tode gehypt. Es war fucking Rock da. Der der größte oder zumindest der highest-paid-Actor in Hollywood ist. Weshalb dementsprechend da ein paar Leute mehr eingeschaltet haben, wie bei einer regulären Smackdown auf Fox. Ähm, die Frage ist halt jetzt, wie hält sich das Rating? Ich meine, dazu kommen wir gleich, man hat auf jeden Fall aus einer Rating-Sicht alles getan, damit das Rating stabil bleibt. Mit Gastauftritten, um es mal so zu sagen. Ähm, und nächste Woche ist ja auch der Draft, was ja eigentlich auch immer ganz gut Rating-mäßig läuft. Ähm, aber wie gesagt, mal gucken. Also interessant wird das Rating wahrscheinlich erst so in 3, 4, 5, 6 Wochen, weil man da dann sieht, wie hat sich's gehalten. Ähm, ja. Also es hat halt, es ist an sich ein starkes Rating. Das, denke ich mal, kann man auf jeden Fall so sagen. So wie bei AEW war es ja auch ein verdammt starkes Rating. Ähm, das war auch hier der Fall. Ist natürlich die Frage, wie schaffen sie das, so wie es auch bei AEW ist, ob sie es wirklich konstant Woche für Woche hinkriegen, so ein Rating zu schaffen. Und ob man auch dafür tut, letztendlich, um zu sagen, okay, das Rating soll weiter steigen. Oder zumindest konstant so bleiben. Dann steigen wir jetzt nicht. Nee, das nicht. Aber ich sag mal, konstant so bleiben. Das wird man halt sehen. Und ja, man hat Rating-mäßig auf jeden Fall viel gemacht, aber wir haben das ja eigentlich schon gesagt, das war so ein bisschen zu erwarten, weil das halt wirklich sehr, sehr stark gehypt wurde. Und ja, medienmäßig eigentlich so ziemlich auch stark, weil es wurde bei Raw promotet, es wurde bei Smackdown promotet, es sind in den Medien promotet. Also eigentlich gefühlt überall so, sag ich mal. Und es haben ja auch sehr, sehr viel live geschaut. Und ich sag mal, wie ich schon erwähnt habe, von Freitag auf Samstag live zu gucken, ist schon sehr angenehm im Vergleich zu, ich sag jetzt mal, Montag auf Dienstag oder Dienstag auf Mittwoch. Die Show ging los. Stephanie McMahon und Vince McMahon kamen raus, haben uns Smackdown begrüßt. Fantastisch. Was sagst du zur Stage? Ja, sieht nicht schlecht aus. Also ich finde sie besser wie Raw Stage, aber ist jetzt nichts Bahnbrechendes. Ich muss auch sagen, erst mal ein bisschen anders als sonst. Ich hab schon gedacht, oh, das sieht schon sehr anders aus im Vergleich zur alten Smackdown-Stage. Aber gefällt mir, hat so einen anderen Look. Ich find's gut, dass es auch wirklich unterschieden wird von Smackdown. Ähm, ja, genau. Von Smackdown, nee, von Raw unterschieden wird. Und hat auch cool gewirkt. Und hier hat man wieder Pyro eingesetzt. Das war auf jeden Fall sehr cool. Und ja, ich fand, wie gesagt, der Anfang. Hat mir bisher gefallen, so die ersten Minuten. Ja, so wie bei Raw eigentlich. Die ersten vier Minuten mit neuer Stage, neuem Intro-Song, neuem Video, neuem Feuerwerk. Kommendatoren wurden gezeigt, die waren jetzt nicht ganz so neu. Aber die ersten vier Minuten waren stark. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, das hat einfach wirklich sehr gut dazu beigetragen, dass man einfach wieder in die Show reinkommt, sich freut. Der Theme-Song gefällt mir auch so weit. Also... AC-DC geht einfach immer. Ja, AC-DC ist immer... Das geht immer klar. Obwohl ich persönlich sagen muss, mir gefällt der Raw-Theme besser. Ja, würde ich auch sagen. Obwohl, wie gesagt, den SmackDown-Theme finde ich auch gut. Also... Im besten hat NXT. Ja, das stimmt. Angefangen hat es natürlich mit Becky Lynch, die immer noch als Riesenstar gepusht wird. Zurecht. Ja. Ja, sie hat halt eine kleine Promo gekartet, bis sie dann halt von Corbin unterbrochen wurde, den ich immer noch uninteressant finde. Zurecht. Und der hat halt gesagt, ja, er sollte eigentlich der Erste sein, der SmackDown auf Fox erläutet oder startet oder wie auch immer. Und dann kam halt Rock raus und dann gab es halt jede Rock-Promo aller Zeiten. War ganz spaßig, weil wir es halt nicht jede zwei Wochen sehen. Das war jetzt halt mal das erste Mal seit ein paar Monaten oder so. Keine Ahnung, wann er das letzte Mal da war. Hat halt ein paar Jokes gebracht, wie man es von ihm kennt. Hat so zu Baron Corbin Burger King gesagt und was weiß ich für ein Shit. Kleiner Shoot gegen AEW war noch mit drin. Und insgesamt ist es dann darauf hinausgelaufen, dass halt Corbin einen Rock-Bottom gekriegt hat und einen People's Elbow. Und damit hat man dann einen hotten Show-Opening gehabt. Becci Lynch wurde da mit Rock nicht auf einer Stufe positioniert, aber sie wurde so positioniert, dass sie nicht so schwach gewirkt hat gegenüber einem Rock. Also sie war jetzt natürlich vom Style Peel nicht auf einer Höhe, aber sie war auch nicht mega weit weg davon. Baron Corbin war halt der Geek, der wurde da halt gerade so ein bisschen geburried. Ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Er ist Heel, das ist okay. Aber da hat Becky Lynch geholfen, so auf einen Podest so mit Rock gestellt zu werden. Die hat immer wieder ein paar Sprüche reingebracht, die auch einen Pop bei der Crowd gekriegt haben. Und von daher war das gut gebuckt und war ein solides Opening. Ja, interessant natürlich, dass die Raw Women's Champions SmackDown eröffnet und dann der King of the Ring-Gesieger Baron Corbin auch von Raw hier am Start ist. Ja, Rock kam raus, hat seine Promos gehalten. Fand ich natürlich wieder so unterhaltsam wie immer. Ich mag seine Promos ja auch. Ist natürlich eigentlich so ziemlich das Gleiche. Aber ich sag mal, das erleben wir jetzt nicht oft. Also wir hören jetzt nicht jede Woche lang eine Rock-Promo, sondern das ist jetzt seine erste seit zwei Jahren, drei Jahren. Ich weiß nicht, wann er zuletzt am Start war. Also auf jeden Fall ein bisschen länger her gewesen, wo er wieder da war. Und eins, was ich nur komisch gefunden habe, okay, dieses STD, dachte ich erst mal so, also dieses Super Tough Dude. Und als diese Abkürzung gab, ich dachte mir nur so, okay, was hat das jetzt zu bedeuten? Habe ich mal nachgeguckt und habe gesagt, ah, Sexual Transmitted Disease. Genau. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, jetzt. Wie witzig. Ja, dann habe ich gedacht, ah, jetzt habe ich es verstanden, weil ich gedacht habe, okay, was soll daran so schlimm sein, wenn er jetzt als Abkürzung Super Tough Dude genannt wird. Ähm, und dann, ja, ist mehr oder weniger eine Geschlechtskrankheit, sag ich jetzt mal. Und ja, hat mal reingebracht. Becklin hat ein paar Sprüche reingehauen. Ähm, ja, Rock halt mit seiner Promo. Fand ich, wie gesagt, ganz spaßig. Hat mir gut gefallen. Schöne Rock-Promo halt. Und, ähm, klar, Rock ist, oder Becklin ist nicht auf einer Ebene mit The Rock, aber ich finde schon, dass diese Promo vielleicht Becklin wieder ein bisschen over gebracht hat, sag ich mal, weil Becklin natürlich nicht mehr so over ist wie vor einem Jahr. Äh, sag ich jetzt mal. Aber ich finde, das hat ja schon ein bisschen geholfen. Gut, Baron Corp wurde hat geburied. Finde ich persönlich nicht so schlimm. Äh, den guten hat ein Cracky. Und, ja, war alles in allem. Ein schöner Opener. Ein hotter Start, sag ich mal, in die Show. Die Crowd war natürlich sehr drin. Äh, was aber auch einen Rock einfach gut macht. Also, Rock weiß, wie man eine Crowd an sich zieht. Und, äh, ja, die Stimmung war top in dem Fall. Und, ja, ich fand's gelungen. War ein gelungener Opener. Becklin und Charlotte gegen SmackDown Women's Champ Bailey und Sasha Banks. War ein gutes 8-Minuten-Tag-Team-Match. Ich denke, inzwischen ist es bekannt, dass die vier ganz gut sind. Gerade gegeneinander. Und, äh, Charlotte hat am Ende Bailey gepinnt. Ich weiß nicht, ob's offiziell bestätigt wurde. Aber die werden am Sonntag ein Match gegeneinander haben bei Hell in a Cell. Sind jetzt immerhin vier Matches. Einen Tag vor der Show. Exzellent. Das ist WCW-Style. Und, äh, ja, Match war gut. Ja, Trish Stratus, Lita, Maria Menounos, Satz noch an der ersten Reihe. So als keine Info. Und, ja, Mensch. Ich sag mal, es sind halt die vier... Four Horsewomen sind die vier... Die vier besten Ressorts ziemlich in der Company. Ähm, kann man so viel sagen. Klar, es gibt's noch ein paar Worte. Aber so einer der besten auf jeden Fall. Und sie können gegeneinander gute Matches worken. Und das hat gut funktioniert. War ein gutes Match. Und, ja, Charlotte hat einfach, ich sag jetzt mal, die Championess besiegt mit Bailey. Äh, wir tap out. Und, ja, war ein schönes Match. Hat mir gefallen. Aaron Andrews. Irgend so eine Tante von Fox halt. War mit New Day Backstage. Hat ein kleines Interview. War ganz spaßig. Die war nicht schlecht. Ja, die war nicht so monoton wie die, die wir von der WWE kennen, die Interviewerin. War aber schon an der Grenze zum zu wacky sein, weil sie halt alles besonders toll betont hat. Äh, aber war okay. War noch in Ordnung. Und, ja, wie gesagt, Kofi hat gesagt, er wird später Brock Lesnar besiegen. Er ist der Underdog. Und, ja. Wir werden sehen, was da passieren wird. Also, die Reporterin ist Fox NFL Reporterin. War okay, aber, ja, du hast es schon gesagt. Ark werden grenzwertig teilweise, aber sie war nicht schlecht. Kurt Angle, Mick Foley und Tyson Fury werden in der Crowd gezeigt. Schon mal so, ja, als kleines Foreshadowing. Ja, Tyson Fury war auch einer, der, ich glaube, Wladimir Klitschko besiegt hat. Soweit ich weiß, im Boxen. Also, für ihn. Die ihn vielleicht noch nicht so gut kennen. Ja, das war ja sogar ein, ich kenne mich im Boxen nicht aus, aber das war ja ein Riesensieg eigentlich, oder? Ja, das war ein Riesensieg. Klitschko hat ja ewig lang den Title gehalten. Und dann war halt Fury der Erste, der ihn geboxt hat. Den hier am 28. November gewann er gegen den seit über elf Jahren unbesiegten, Wladimir Klitschko. Genau, er war elf Jahre unbesiegt. Also, seine Boxstatistik war ja auch so ziemlich 69 Kämpfe, 64 Siege und fünf Niederlagen. Unter anderem war Tyson Fury einer. Klar, Anthony Joshua war auch einer, der ihn besiegt hat. Richtig. Ja, also, es war auf jeden Fall ein Riesensieg, ein Riesenschocker. Auf jeden Fall hat er auch damit direkt vier Titel gewonnen. Einmal den IFBF, EBO, WBA und WBO, Schwergewichtstitel. Also, die beiden, oder die vier Titel hat er damit gewonnen. Kann man zu Tyson Fury sagen. Und genau, soviel dazu. Seth Rollins ist rausgekommen zu seinem Match. Bray Wyatt hat ein Firefighter-Fun-House gehabt. Und dieser komische Hase hatte einen Seth Rollins-Kostüm an. Und der hat den halt zerrissen und hat gesagt, hey, passiert mit dir auch am Sonntag. Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura. Match ging so gefühlt zwei Minuten. Wahrscheinlich auch in echt. Habe ich hier eine Matchzeit? Ja, zwei Minuten stand hier. Ah ja, tatsächlich. Licht ist rausgegangen von Fiend halt. Und Nakamura stand auf einmal allein im Ring. Seth Rollins hat sich die Stage hoch teleportiert. Und wurde natürlich da in den Mandoval Claw genommen von The Fiend. Und wurde von der Stage geschmissen. Und ja, der Kerl, also, nach WWE-Logik verliert Fiend am Wochenende, weil er Rollins jede Woche killt. Aber ich hoffe, der gewinnt diesen fucking Title einfach. Ja, was ich nur zu diesem Segment sagen kann. Also, die ersten Male, wo er das gemacht hat, fand ich immer ganz cool. Aber jetzt jede Woche war es tatsächlich mal das Gleiche. Ist man irgendwann auch so gelangweilt davon. So ein bisschen, wo man denkt, okay. Ja, aber das war jetzt das erste Mal Fiend vor neuer Zuschauerkulisse. Ja, gut, okay. Da würde ich noch sagen, ist okay. Aber ich denke mir jedes Mal nur bei Seth Rollins. Er weiß doch, was passiert irgendwie. Ja, gut. Sehr froh, sie sind Depp. So ungefähr, das ist halt so die Logik. Klar, für die neuen Zuschauer, vielleicht auch für die Fox-Mitarbeiter denken. So, ah, das haben wir noch nie gesehen. Hast du diese Clips gesehen, wo Bray White bei den Nachrichtensendern war? Bei Fox? Nee. Das ist awesome. Das ist awesome. Musst du mal auf YouTube oder so gucken. Da hat Bray White bei Fox, bei Nachrichtensendern oder bei Wettersendern oder so, war er in Character da und hat da so ein bisschen über sein Match gelabert. Das war awesome. Okay, das muss ich mir mal angucken. Auf jeden Fall. Also, ich kenne nur das Bild auf Twitter, das war mega geil. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Wo die in der Crowd sitzen oder was? Genau, das mit der Crowd. Wo die in der Crowd sitzen und dachte man sich wahrscheinlich so, okay. Was habe ich mir da angesehen in dem Sinne mit Firefly Flan House? Was sich jeder beim ersten Mal gedacht hat. Ja, das haben wir alle beim ersten Mal gedacht und wie gesagt, ganz kurz zur Info, wir werden am Ende der Show, also am Ende der Review noch ganz kurz über Hannes Hell reden, weil du hast es schon angesprochen, wir haben nur vier Matches bisher angekündigt gehabt und wir sind, oder ich bin der Meinung, da werden mehr Matches kommen und deshalb macht es keinen Sinn, so eine richtige Preview zu machen. Und deswegen werden wir am Ende des Smackdown kurz was zur Show sagen. Ich hoffe, dass es noch ein Match kommt, weil der Pay-Per-View soll ja drei Stunden lang gehen und mit vier Matches wird es dann ein bisschen langatmig. Ja, ich brauche jetzt nicht jedes Match eine Stunde zu haben. Das wäre ganz schön shitty. Ja. Gut, können wir noch eins gegen Shane McMahon? Verlierer, ja, verlässt WWE, Verlierer ist gefeuert. Ja, es war nicht so scheiße, wie ich es erwartet hatte. Es war jetzt aber auch nicht gut, war okay, war halt ein Shane McMahon-Gimmick-Match, hat natürlich seinen obligatorischen Elbow gezeigt, hat sein Coast-to-Coast gegen eine Ladder gezeigt. Wurde er mordet, als Kevin Owens ihm einen Frog-Splash auf eine Leiter nach draußen gegeben hat. Als Shane McMahon sah für diese 30 Sekunden aus, als wäre er gerade gestorben. Also, das war, der sah wirklich aus, als würde er gerade abkratzen. Also, entweder der ist der beste Schauspieler und Seller aller Zeiten oder er war kurz vorm Abnippeln. Eins von den zwei Sachen. Auf jeden Fall hatten sie halt ihr Match, war okay. Stuhlschläger später noch zwischendrin und es gab eine Powerbomb von der Leiter oder beziehungsweise Owens hat Shane von der Leiter genommen, hat ihm die Powerbomb auf eine andere Leiter gegeben, die in der Ringhecke lag und ist daraufhin hochgeklettert und hat sich den Koffer geholt und hat ihm dann, hat dann Shane quasi die Medizin von seinem Vater spüren lassen, indem er dann halt gesagt hat, Shane McMahon, you're fired, hat ihm einen Stunner gegeben und Shane McMahon ist jetzt nie wieder in den WWE-Shows zu sehen, weil aus der Vergangenheit wissen wir ja, dass die WWE sich immer an solche Angles hält, wie zum Beispiel beim letzten Kevin Owens gegen Shane McMahon Match, wo ja auch Kevin Owens dann gefeuert wurde. Den hatten wir dann ja auch ungefähr zehn Jahre mehr gesehen und ja, deshalb fantastisches Match. Ja, fantastisches Match auf jeden Fall, war halt nicht ganz so scheiße, war auch nicht ganz so gut, Spots waren halt ganz nett, waren halt klassische Spots, aber ja, positiv war natürlich, dass Kevin Owens hier gewonnen hat, ja, Shane McMahon ist jetzt hier erstmal gefeuert, mal sehen wie lange, wie du schon gesagt hast, die WWE hält sich immer dran, immer, deshalb wird man sehen, aber ich wäre froh, wenn wir ihn erstmal nicht sehen können, weil ich denke mal, das Jahr mit ihm war, denke ich, genug mit ihm, was wir da erlebt haben die ganze Zeit. Also, ich sag mal, speziell der Heel Shane McMahon ging mir richtig auf den Sack. Der Best in the World. Ja, so ziemlich mit dem Best in the World hat's angefangen, sag ich jetzt mal, da war ja noch Fates, aber ja, es war nicht so gut. Mal sehen, was man mit Kevin Owens macht, da denke ich mal, müssen wir abwarten, was die nächsten Wochen so sagen wird. Aber natürlich gut, dass Kevin Owens gewonnen hat, obwohl, ich denke mal, wir haben es alle erwartet, dass es passiert, obwohl man bei der WWE nie ausschließen darf. Richtig. Braun Strowman, The Miss und Heavy Machinery gegen AJ Styles, Randy Orton, Doe, Ziggler und Robert Root. Das Match ging drei Minuten und war da, um eine Sache zu machen. Tyson Fury saß, wie vorhin erwähnt, in der Crowd. First Row und Strowman hat irgendwen, ich glaube, Ziggler oder Root, gegen die Barrikade geschmissen, wo halt Fury gerade saß und hat ihn halt getauntet und hat dann halt schnell noch das Match im Ring beendet, hat schnell Ziggler gepinnt und danach kam es dann wieder zum Stairdorn mit Fury und Fury ist dann über die Barrikade geklettert und wollte halt Braun Strowman aufs Maul hauen und 38.000 Security-Leute kamen und haben ihn zurückgehalten und ja, war halt ein Big Angle für Braun Strowman gegen Tyson Fury. Ja. 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 Ist immer nur so interessant, jeder der reinrennt, da kommt kein Security-Mitglied, aber da kommt irgendeiner und direkt 50.000 Leute halten ihn auf. Ist halt, also das Segment an sich war okay, die Crowd ist drauf abgegangen, das war schon ganz cool, aber ich will nicht Braun Strowman gegen Tyson Fury sehen, also ich brauche so eine Celebrity-Scheiße einfach nicht. Ne, das muss nicht unbedingt sein, also wie gesagt, ganz nett, dass so ein Tyson Fury am Start ist, ne, ich habe ja schon gesagt, oder wir haben ja schon kurz erwähnt, was er geschafft hat, aber warum? Weil, ich sag mal, wir haben jetzt auch kein schlechtes Roster, allein wenn du in dem Match siehst, was du da für Leute hast, wenn du so ein AJ Styles hast, allein, wo ich auch denke, man kann auch viel, viel bessere Sachen machen, aber, naja. Roman Reigns gegen Eric Rohn in einem Lumberjack-Match. Es war, glaube ich, 3.35 Uhr oder so und es hat jetzt noch das Lumberjack-Match gefehlt, es hat noch der Main-Event gefehlt, es wurde noch Austin angekündigt, der bis dahin noch nicht da war, Sting war noch nicht da und andere Legenden noch, die noch nicht wirklich gesehen wurden, also Hogan wurde, glaube ich, mal zwischendurch gezeigt, aber sowas hat man noch erwartet, also 20 Minuten für ungefähr 16 Segmente. Dann gab es halt dieses Lumberjack-Match, das war ziemlich shitty, was mich angepisst hat, war halt, dass unter den Lumberjacks dann halt ein Ricochet und ein Andrade mit dabei waren oder Revival oder die Viking Raiders, wo ich mir nur denke, warum? Die Leute pusht ihr eigentlich relativ solide nebenbei und jetzt sind sie halt die absoluten Geeks in so einem Match. Ja, du hast so viele Lutscher im Roster, da stellst du halt einen fucking Zack Ryder dahin oder so, aber nicht Ricochet, Andrade und was weiß ich. Die Lumberjacks waren übrigens Nakamura, Shelton Benjamin, Ricochet, Chad Gable, Apollo Crews, Karl Anderson, Luke Gallos, Titus Onir, No Way, Jose, Bo Dallas, Curtis Axel, Scott Dawson, Dash Ryder, Zack Ryder, Curtis, Curt Hawkins, Eric Ivar, Andrade, Heath Slater, Cesaro, Ali und Cedric Alexander. Ja, Daniel Bryan war dann am Kommentatorenpult, Reigns und Rowan haben sich halt kurz gebrault, Luke Harper kam raus, hat Reigns attackiert und Bryan hat dann den Safe gemacht, übrigens kein DQ, als Luke Harper Reigns attackiert hat, also haben sich von AEW was abgeguckt, nur leider das Falsche. Brian kam halt mit dazu, hat den Safe gemacht und Reigns hat dann per Speer gewonnen. Nach dem Match gab es ein Handshake zwischen Bryan und Reigns und ja, das war quasi das Go-Home-Angle von denen, weil die ja am Sonntag gegeneinander antreten in einem Tag-Match. Genau, ja, Lumberjack-Match war nicht gut, wie gesagt, du hast es schon gesagt, da sind teilweise echt Leute dabei, die du einen solide pusht, wo zum Beispiel unter anderem der IC-Champion Shinsuke Nakamura am Start ist, als Beispiel, äh, in so einem Lumberjack-Match und... Sind die Revival sogar Tag-Team-Champions? Stimmt, die sind doch Smackdown, nee, Smackdown Tag-Team-Champions? Keine Ahnung. Das weiß ich gerade nicht. Gibt es einen Unterschied? Nein. Sie sind doch verschiedene Shows. Verschiedene Farben, okay. Verschiedene Farben, genau. Das müsste ich mal gerade checken, äh... Ich mein's zumindest, wenn sie den jetzt random... Ach nee, das sind doch Sigler und... oder? Nee, die sind, äh, die sind Raw-Tag-Team. Ah, die sind Raw, ja. Die sind Smackdown-Tag-Team-Champions. So relevant. Also, Smackdown-Tag-Team-Champions, Intercontinental-Champion am Start, gut, fehlt nur noch der 24-7-Champion, oh gut, der hat ja auch gewechselt während den Shows, da war der Sänger Marshmallow. Oh mein Gott. Also. Ja. What the fuck. Wenn ich als neuer Zuschauer mir das angucken würde, oder allein schon als Fox-Mitarbeiter, wenn ich da in der Crowd sitzen würde und ich würde sehen, wie Backstage Marshmallow Archroove einrollt oder Carmella aus Versehen pinnt, weil er auf sie drauf fällt und er dann 24-7-Champion wird, ich glaube, ich würde sofort meine Kündigung ausschreiben am nächsten Tag. Ja, und Carmella hat den, äh, auch noch später wieder gewonnen, also, ja, soviel zu, ähm, den 24-7-Title, äh, den hätten wir zum Beispiel, Archroove hätten wir da reinstellen können, obwohl, ja gut, Archroove ist ja kein Champion, deswegen kann er da ruhig stehen bleiben. Also, wie gesagt, die Auswahl fand ich eine Katastrophe. Ähm. Und, ja, hätten ja Bray Wyatt mir dazustellen können. Dann noch Ramblin'Rabbit und die ganzen Charaktere am besten noch. Genau. Genau. Ja, auf jeden Fall, ja, Match war da, man hat es für den Aufbau genutzt, ja, Reigns hat gewonnen, wie zu erwarten war. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, kein DQ, man hat quasi das Negative, was sich bei AEW angesprochen hat, quasi auf die WWE übertragen. Sehr gut, das sollte eben nicht abgucken, aber, naja, soviel dazu. Kommen wir nun zum großartigen Main Event. Brock Lesnar gegen Kofi Kingston in der WWE-Title. Es war 3.53 Uhr, bedeutet, das Match geht nicht mehr lang. Ja, hat mal recht mit behalten, mit der Annahme. Kofi Kingston sprintet auf Brock Lesnar zu, springt hoch, springt in den F5, kriegt den F5 und verliert das Match nach 9 Sekunden, 8 Sekunden. 9 Sekunden. Und Brock Lesnar ist neuer WWE-Champion. Und dann kommt Rey Mysterious Musik, und ich hat es ja bei Raw schon mal angesprochen. Fucking Kane Velasquez kommt raus. Und er geht in den Ring und gibt Lesnar eine Double-Takedown und schlägt ein bisschen auf ihn ein und Lesnar rennt weg wie eine Muschi. Und damit geht die Show auf er. Also, fangen wir mal vorne an bei dem Match. Das war awesome. Das war genau das, was ich in mir erhofft hatte. Es ist natürlich schade für den Kofi Kingston-Title-Run, weil der echt nicht schlecht war. Am Anfang hab ich ja noch gesagt, okay, ich geb dem einen Monat, dann ist Feierabend. Aber es war halt allein beim Entrance, als Brock Lesnar rauskam, der absolute Killer. Und dann kommt Kofi Kingston raus und wirft Pancakes durch die Gegend. Da hab ich mir einfach nur gewünscht, dass Lesnar ihn einfach squasht und sich den Title holt. Weil dieses Pancakes rumgeschmeißt ist einfach so ein Bullshit wie Marshmallow, der 24-7-Champion wird. Und so eine Scheiße will ich einfach nicht sehen. Und bevor mein WWE-Champion Pancakes durch die Crowd schmeißt, dann soll er lieber gescosht werden und wieder in die Tag-Team-Division verschwinden. Und deshalb war's für mich in dem Moment fantastisch. Und dieser Kane Velasquez-Kram, ja, ich brauch's nicht, ich hab's bei Tyson Fury schon mal gesagt. So ein Celebrity-Kram brauch ich nicht. Bei Kane Velasquez hat's mehr Story. Ich mein, er kommt immerhin durch Raymond Serio rein, der ermordet wurde von Brock Lesnar. Und Kane Velasquez hat damals Lesnar den besiegt. Und das hat man auch riesig gesellt, dass Lesnar total erschrocken war, dass da jetzt Velasquez vor ihm steht. Und es wird ja anscheinend auch nur random bei Crown Jewel stattfinden, sodass es jetzt nicht mega... Ja, sodass es uns jetzt nicht megamäßig belasten wird, sag ich mal. Ich mein, die können ganz geile Angles haben, so wie Goldberg und Lesnar halt. Aber, naja, also, wie gesagt, ich war jetzt kein Riesenfan von dem Angle. Die Crowd ist ganz gut drauf abgegangen. Aber, wie gesagt, ich hätte es nicht gebraucht. Also, ich hab's eine ganz andere Ansicht bezüglich Kofi Kingston. Also, ich find's jetzt nicht schlimm, dass man den Titel wechselt. Damit hab ich jetzt an sich grundsätzlich kein Problem. Ähm, nur, wie das jetzt... Also, klar, das mit den Pancakes, das hab ich ja auch schon mal gesagt, das find ich ein bisschen albern, dass Kofi Kingston sowas macht. Ähm, nur, ich denk mal, Kofi Kingston Run ging halt schon ein halbes Jahr. Er hat ihn seit WrestleMania 35 den Titel gehabt. Hat Leute wie Brian Orton und, ähm, Dolph Ziggler und viele weitere Leute auch besiegt. Die Titel auch immer wieder verteidigt. Und verliert dann nach neun Sekunden gegen Brock Lesnar, wo ich auch immer denke, ja, ja, damit endest du so abrupt den Titel run einfach. Weil, wie gesagt, ich fand den Titel run an sich nicht schlecht. Äh, hätte man jetzt, keine Ahnung, jetzt, ich sag mal, beispielsweise, hätte man jetzt mit Kofi Kingston a la John Cena gemacht, sag ich jetzt mal. Ähm, wo er ihn einfach komplett zerstört, hätte ich auch gesagt. Auch, auch in Ordnung. Aber nach neun Sekunden finde ich ihn irgendwie, äh, ja, finde ich nicht gut. Das fand ich schon ein bisschen, sag ich ganz ehrlich, ein bisschen scheiße, sag ich jetzt mal, ähm, so den Titel run zu enden. Deshalb, ähm, ja, schade an sich. Ähm, Brock Lesnar hat übrigens seit 15 Jahren erstmals wieder ein Smackdown-Match bestritten. Hat ja 2000, also er war ja 2004, ist er ja von der WWE gegangen, da war er Teil von Smackdown. Und, ähm, ich glaub, bei Raw hat er auch, glaub ich, auch kein Match bestritten, seitdem er zurückgekommen ist 2012, ich weiß es gar nicht. Ähm, zumindest kann ich mich nicht an viele Matches erinnern, die er bei Raw bestritten hat. Und, äh, ja, dann, wie wir schon bei Raw angesprochen haben, war es ja so, dass er Brock Lesnar Rey Mysterio attackiert hat. Und, äh, Rey kam ja auch raus. Und dann kam ja, äh, Kane Valeskas raus. Er hat ihn ja, ähm, manchmal nachrecherchiert. Bei UFC 121 hat Kane Valeskas Brock Lesnar besiegt am 23. Oktober 2010, also sind knapp neun Jahre her, und hat, äh, Brock Lesnar's Title I als UFC Heavyweight Champion von 707 Tagen, äh, beendet, sag ich mal. Also, er hat da damals ne Serie gehabt. Wie bitte? Ja, es ist einfach nur so lächerlich, wie, dass Storylines aufgegriffen werden, die neun Jahre alt sind, aber die vergessen, was sie letzte Woche gemacht haben bei den Shows. Da kann ich nicht viel dazu sagen in dem Fall. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Brock Lesnar hat ne Serie von 5 zu 1 gehabt, hat, glaub ich, gegen Frank Mir verloren, meine ich, nur bei seinem ersten oder zweiten Match. Und hat danach alles gewonnen, hat... Das erste hat er gegen Frank Mir gewonnen, das zweite war dann, glaub ich, bei UFC 100, das hat er dann gewonnen. Ja, genau. Ähm, und, ja, jetzt kommt er wieder raus, wahrscheinlich nach neun Jahren greift man das Story aus, auch was vor ne Woche war, oder vor zwei Wochen, ist egal. Ähm, ja, wie gesagt, das passt wenigstens ein bisschen, da Herr mit Rey rausgekommen ist, und Kane Valeskas recht sich quasi für Rey Mysterio. Aber als ich gelesen habe, für was dieses Match aufgebaut werden sollte, ey, ich, ey, ich bin echt lachend vom Stuhl gefallen, als ich gedacht hab, für Crown Jewel baut man das auf, wo ich auch denke, ah ja, so ein Riesenengel, bei der ersten Ausgabe von SmackDown baut man das alles auf für ein Match bei Crown Jewel. Ja, vielleicht wollten die Saudis mal wieder irgendjemand haben, der nehmt da ist, wie jetzt Ken Shamrock oder so, oder Steve Blackman, weil Ken Shamrock ist ja bei Impact, also haben sie sich halt den nächsten MMA-Dude geholt. Ja, also, ich weiß nicht, also wie gesagt, für das alles aufzubauen, weiß ich nicht, also, fand ich wirklich ein Letdown, ehrlich gesagt, also, fand ich nicht so geil. Weil, ähm, hat so eine SmackDown, die wirklich geil gestartet ist, sag ich jetzt mal, aber von gut gestartet ist, immer weiter, ich sag mal, abgeflacht, sag ich jetzt mal, und dann mit so einem Ende, wie gesagt, wir haben damit schon erwartet, mit Kane Valeskas, dass der eventuell rauskommt, äh, oder, dass es darauf sich hinausläuft, aber, ja, wie gesagt, fand ich persönlich einen negativen Punkt, tatsächlich. Ich glaub, also, wie gesagt, ich glaub tatsächlich, dass es auch nicht schlecht wird, also, die Fäde jetzt, weil Heyman, der hat ein Händchen für sowas, für solche Brock Lesnar-Killer-Fäden, wie halt gegen Goldberg zum Beispiel, was ja auch deutlich besser war, wie wir es alle erwartet hatten. Aber, aber ich brauch's halt nicht. Und gerade, wir hatten eigentlich im Prinzip denselben Angle in derselben Show schon mit Tyson Fury. Du hast quasi zwei Combat-Sports-Guys in derselben Show reingebracht. Und das ist halt das, was ich am Anfang gesagt hab, es war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten, weil ich halt einfach eine legitimere Wrestling-Show erwarte und nicht so viel Bullshit. Aber der Bullshit ist geblieben. Nur man hat halt jetzt, in Anführungszeichen, Promis dazu gepackt, aus der Kampfsportwelt, die halt jetzt Matches bestreiten, was noch schlimmer ist als vorher. Ja, das ist halt, ähm, ich denke auch, dass diese Fäde nicht schlecht sein wird. Ich denke, wir werden auch, wenn das Match zwischen den beiden laufen wird, werden wir bestimmt sagen, das war ein gutes Match, weil letztendlich ein Heyman hat da einen gewissen Einfluss auf die Brock Lesnar-Fäden. Brock Lesnar hat sowieso Einfluss auf seinen Fäden. Also, ich sag mal, Brock Lesnar hat halt einen gewissen Status bei der WWE. Und, äh, wie gesagt, war das schon ein sehr, sehr gutes Beispiel, da mit der Goldberg-Fäde, ähm, wo wir bei WrestleMania 20 ein Scheiß-Match hatten, wo sowohl Heyman keinen Einfluss hatte, Brock Lesnar wahrscheinlich nie viel Einfluss hatte. Und dann 2017 haben wir dieses Match gekriegt bei WrestleMania 33, und das war ein geiles Match, wo man es so nicht erwartet hat, sag ich jetzt mal. Und hier, ich denke, es wird nicht schlecht. Gut, ich hab keine Ahnung, wie gut Cain Velasquez im Wrestling ist, hab ich keine Ahnung von. Aber es ist eigentlich ganz gut. Also, für einen Rookie ist er sehr gut. Okay. Äh, ich weiß gar nicht, wie alt ist er denn überhaupt? 37, 38, 39? Oh, alt. Oh, schon alt, okay. Ähm, dann... Ich würde Anfang 40 vielleicht sogar schon schätzen. Nee, 37, okay. Okay, hab ich nicht schlecht vermutet. Brock Lesnar ist ja schon 40, meine ich sogar. Mhm. Ich mein, wenn du halt... Wir sagen es ja immer wieder, gegen wen soll Brock Lesnar noch antreten? Weil er hat halt jeden schon gekillt, und es gibt ansonsten keinen, der wirklich auf seinem Niveau ist. Muss man halt so sagen. Deshalb ist es ganz cool, vielleicht, wenn man es jetzt so weiterfährt, dass Brock Lesnar so die... die besonderen Matches hat, wie halt so ein Cain Velasquez. Finde ich nicht schlecht. Ja, ich mein, man muss gucken, wie es jetzt läuft. Aber ich brauch's halt nicht. Am Ende werde ich wahrscheinlich sagen, es war gut. Aber jetzt, ich brauch's nicht. Du hast so viele Leute im Roster, so viele Leute, die du von NXT hochholen könntest. Ich hätte es tausendmal mehr gefeiert, wenn da ein Matt Riddle rausgekommen wäre. Mit dem hättest du auch den legitimen Hintergrund bringen können. Und da hättest du nicht einen Cain Velasquez holen müssen. Aber, naja, gut. Ich hätt's vielleicht so noch akzeptiert, wenn's einfach nicht um den Titel geht. Wenn der Titel einfach rausgehalten wird. Weil, ganz ehrlich... Stimmt, das ist natürlich der andere Punkt, dass Lesnar absolut nicht den Title braucht für das Match gegen Cain Velasquez. Und ich hoffe, Cain gewinnt das Match nicht und holt sich den Titel. Weißt du, einerseits, ich will Brock Lesnar nicht als WWE Champion sehen, erstmal, weil die Titel-Runs von dem sind nicht gut. Außer die Matches. Die Matches sind immer super bei dem. Oder wenn der Run halt kurz ist, dann ist es auch in Ordnung. Sag ich, als Beispiel der letzte Run da mit Rollins, das war jetzt in Ordnung, der Run. Weil er halt nicht besonders lange war. Aber jetzt nicht so ein Run wie ein Jahr und gefühlt nur drei Matches bestreiten. Deswegen will ich ihn auch nicht mal als WWE Champion haben. Und andererseits, ich will auch keinen Cain Velasquez als World Champion sehen. Also, kann sein, dass er gut ist und wirklich Weltklasse ist. Aber wie gesagt, wir haben es ja schon angesprochen. Du hast so viele Leute im Roster, wo du was machen kannst. Du hast, wie gesagt, bei NXT kannst du Leute rum wie Matt Riddle, Adam Cole, Johnny Gargano. Da hast du im Roster noch Leute. die du pushen kannst, die du noch bringen kannst, mit denen du was machen kannst. Wie ein Ali, den du noch hast. Mit AJ Styles. Gut, AJ Styles ist bei Raw. Aber man kann ihn beim Draft ja auch switchen, sag ich jetzt mal. Nakamura kannst du bringen. Das wäre auch mal eine interessante Fäde. Nakamura gegen Lesnar. Jetzt egal, ob der jetzt IC Champion ist, sag ich jetzt mal. Solche Sachen. Du kannst halt so viele Fäden bringen. So viele Leute, die du im Roster hast, wo du so viel Potenzial hast, was zu bringen. Und dann kommt so ein Kane Velasquez raus, wo ich sage, wir werden beide sagen, das Match wird wahrscheinlich gut sein, aber man braucht es halt nicht. Und gerade wenn auch der Titel da dabei ist, wo ich auch denke, da kann man auch gefühlt, Jinder Mahal den Titel halten. So, jetzt ganz übertrieben gesagt. Nein. Auch wenn ich ihn nicht als Champion sehen möchte. Nie wieder. Ja. Ich will ihn nie wieder sehen. Punkt. Oder so. Sag ich mal ganz ehrlich, also, man kann mit dem Titel was Besseres machen, wenn man so eine Fäde bringt, Lesnar gegen Kane Velasquez, so als normale Zwischenfäde, sag ich jetzt mal. Ohne Titel hätte ich es vielleicht noch eher akzeptiert, als so. Von daher, wie gesagt, der Titel ist hier total überflüssig. Und wie gesagt, es ist halt, der WWE-Titel ist halt einfach der prestigeträchtigste Titel der Welt, so ziemlich, oder einer der prestigeträchtigsten Titel der Welt, mit so einer riesen Geschichte halt. Da kommt auch noch nicht mal der AEW-Titel erstmal ran, aufgrund der Historie und so weiter. Und dann benutzt man den Titel einfach für sowas. Also, ja. Ich denke, dazu haben wir jetzt genug gesagt, was wir davon halten, alles. Ja. Wie ist denn dein Fazit zu SmackDown? Also, mir hat die Show nicht gefallen. Das Opening-Segment war nicht schlecht, aber es ist halt so ein klassisches Legend-Segment, was halt einen absoluten Scheiß für die Zukunft bringt, was nichts außer den Ratings weitergeholfen hat. Das Opening-Match war gut, das hat mir gefallen, das hat auch was für ein Pay-Per-View gebracht, von daher war das vielleicht das Schlüssigste und Interessanteste am ganzen Abend, oder Beste am ganzen Abend. Rollins gegen Nakamura wurde ja unterbrochen, das war auch okay für einen Teaser auf dem Pay-Per-View, Rollins gegen Shane war okay, aber ja, ist halt Shane. Das 8-Man-Tag war halt nur wegen einem Grund da, wie gesagt, ich brauch's nicht, kann ganz geil werden vielleicht, also Fury ist einer, der rein vom Äußerlichen ein Badass einfach ist, aber ich seh jetzt nicht Tyson Fury irgendwelche Promos cutten gegen Braun Strowman und das Match, was sie haben werden, wird wahrscheinlich sehr shitty sein. Reigns gegen Orone hat gesuckt und der Main-Event war awesome mit einem, ich sag mal, guten Post-Match, ein Post-Match, den ich jetzt nicht gebraucht hätte, aber ein Post-Match, wo ich anerkennen kann, dass er gut und spaßig war. Ja, es war jetzt keine, ich würde sagen, es war vielleicht die schlechteste Weekly von allen, vier, würde ich jetzt einfach mal sagen, auch wenn ich AEW jetzt nicht komplett gesehen habe, aber ich sag jetzt mal, dass es trotz, gut, es war besser, AEW, würde ich jetzt mal, was ich gesehen habe, weil alle Segmente, die ich gesehen habe, waren besser als die ganze, also ziemlich die ganze Smackdown-Ausgabe und wie gesagt, der Opening, wie gesagt, das Anfang, der war sehr geil, dann die Rock-Promo, fand ich soweit gut, aber du hast ja schon gesagt, es hat halt nichts für die Zukunft gebracht, in dem Sinne, aber trotzdem hat es mir jetzt gefallen, das Tag-D-Match war gut, fand ich, auch Fäden-mäßig in Ordnung, dann das mit dem Fiend war auch in Ordnung, Owens gegen Shane war in Ordnung, dann das 8-Man-Tag-Match war, halt für einen Zweck da, mal sehen, was man daraus machen wird, wie gesagt, ich brauch's da auch nicht wirklich, dann das Lumberjack-Match, fand ich schwach, und der Main Event, wie das Match passiert ist, fand ich jetzt nicht so gut, wie man's gemacht hat, danach das Segment, ich brauch's nicht wirklich, weil, wie gesagt, ich will lieber, dass man mit den aktuellen, was da irgendwas machen wird, weil man halt sehr viel mehr Möglichkeiten hat, und, ähm, ja, es wird, denke ich, so was, wird ein gutes Match sein, für Crown Jewel, großartig, ähm, von daher, ja, ich kann's auch anerkennen, dass es gelungen war, und ich sag mal, es ist auch so ein Cliffhanger, wo man bestimmt viele Leute dazu anreißen wird, zu sagen, okay, was passiert in der nächsten Woche, das würde ich so weit gehen, auch zu behaupten, dass es wahrscheinlich so passieren wird, aber wie gesagt, ich brauch diese Fede überhaupt nicht, obwohl ich auch denken würde, dass sie gut wird am Ende, aber ich brauch's nicht, gerade wenn noch der Titel dabei ist, so, äh, ziemlich, und wie gesagt, von meinen Erwartungen her, war ich, wie gesagt, ja, ich kann so sagen, wirklich enttäuscht, klar, man sollte keine Erwartungen schöpfen, und so weiter, aber, ich sag mal so, man hat schon was gehofft, und ich finde, man soll auch mal ab und zu mal Hoffnung haben, und ich soll immer denken, ja, warum hofft ihr Idioten, warum macht ihr das, ich finde, man sollt schon mal Hoffnung haben, und, ja, war nicht so in dem Sinne, aber, mal gucken, wie es in den nächsten Wochen lauft, vielleicht wird's besser, ja, so viel zu Smackdown, dann gehen wir noch ganz kurz zu Hell in the Cell, wie gesagt, es sind vier Matches, so gesehen, angekündigt, äh, Hell in the Cell findet, ähm, im Gold One Center in Sacramento, Kalifornien statt, am 6. Oktober 2019, beginnt um 1 Uhr, geht vier Stunden, hat vier Matches, hat vier Matches, also, oder drei Stunden, aber normal geht's vier Stunden, soweit ich weiß, ja, wie sind deine Erwartungen zum Pay-Bee, und freust du dich einen der vier Matches? Ich freu mich tatsächlich, auf zwei von vier Matches, also Rollins gegen Fiend, wird sehr interessant, ähm, Lynch gegen Banks, wird sehr gut, Brian und Reigns gegen Ronan Lukapa, ist halt einfach storymäßig dumm, und dann halt noch Charlie, gegen Bayley, was gut werden sollte, also die Matches, die bis jetzt da sind, da sind drei von vier gut, äh, was schon mal ein guter Schnitt ist, ähm, am liebsten wär's mir ja, wenn sie einfach eine vier Matchcard lassen, und den Pay-Per-View einfach auf anderthalb Stunden kürzen, und das einfach bringen, da wär ich zufrieden mit, aber wahrscheinlich tun sie heute und morgen dann noch so zehn unnötige Matches announcen, aber naja. Oder während der Kick-Off-Show. Oh ja, die brauchen wir dann auch, die fängt ja ab Null an. Genau. ja, also wie gesagt, es sind, zumindest die Matches, die da sind, sind jetzt nicht so schlecht, wie gesagt, Cyphrons gegen The Fiend, das wird, denke ich mal, sehr interessant, denke ich mal, äh, wo ich, sag ich mal, der Sieger wird The Fiend sein, hoffe ich mal. Oh ja, muss er eigentlich. Muss eigentlich, weil bei dem Aufbau von dem muss er eigentlich Champion sein. Äh, Beck Lynch gegen Sascha Banks kann sehr geil werden. Wie gesagt, wir haben schon mal in der Vergangenheit ein geiles Match erlebt, bei NXT, Unstoppable müsste es sein, von 2015, meine ich. Ich glaube auch. ja, und mit Herrn DeSalle, wie gesagt, beide sind Leute, die sich gerne was geben und, äh, nicht zu schade, das einzustecken. Von daher kann es echt gut werden, aber abwarten. Gutes Tag Team Match. Ja, muss mal sehen, was passieren wird. Ja, ich denke mal, Brian und Reigns werden gewinnen, denke ich mal. Und das... Ja, ich rieche gerne Brian Hill-Turn. Dass es so ein Dreier-Stable wird. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ist jetzt zwar nichts, äh, extrem Aufregendes und Neues, aber ich könnte es mir vorstellen. Wäre auf jeden Fall, äh, Story-mäßig. Ähm, wie gesagt, und jetzt fehlt mir das Wort, äh. Sinnvoll, sinnlos. Ja, sinnvoll nicht, aber es ist, nee, realistisch auch nicht. Es würde mehr Sinn machen, Story-mäßig, sagen wir es mal so, wenn Brian wieder Hill wäre und Hill-Turn würde, weil er ist halt random Babyface geturnt. Gut, ich meine, es würde Sinn machen, aber es würde auch keinen Sinn machen. Also, auf der einen Seite ist Brian als Babyface jetzt natürlich, keine Ahnung, dumm, weil vor zwei Wochen hat er noch die ganze Menschheit geburriert, weil sie den Planeten verschmutzen. und jetzt diese Babyface und feiert mit der Crowd. Aber auf der anderen Seite, wenn er turnt, ist es auch dumm, weil Eric Rohn ihn gekillt hat mit einem Choke-Stamp durch den Kommentatorntisch. Also, das ist mal wieder typisch in der Ecke gebuckt. Ja, man hat einfach Mist gebuckt mit diesem Match, mit dieser Fede. Ja. Ja. Es hat auch für mich nicht mehr die größte Relevanz und da ist ein Daniel Bryan am Start. Sehr traurig, wenn man überlegt, wo der vor einem halben Jahr war. Oh, die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit, wenn man sich an die Serie, wenn man sich, man muss einfach sagen, seinen Title-One einfach erinnert, dann weiß man eigentlich, was bei Brian war und was jetzt mit ihm ist, der in so einem random Tag die Match steckt. Ähm, ja, und Banks ging, äh, äh, Quatsch, äh, Bayley gegen Charlotte und den Smackdown-Moments-Title, ja, hatten ja auch in der Vergangenheit öfters Matches gehabt und ich denke, das wird gut sein. Wer da gewinnen wird, who knows? Hatten die nicht beim letzten Pay-Per-View schon dieses Titel-Match, was irgendwie zwei Minuten ging oder so, wo Charlotte einfach besiegt wurde in ihrer Hometown? Das kann sogar sein, ja. Ich meine, ja, ich. Bei Clay, klar, also ich meine, mich an irgendeine Scheiße zu erinnern, ja. Bei Clash of Champions. Ja, nach 3 Minuten 45. War das denn irgendwie, weil sie die in den Ringpfosten geschmissen hat und dann eingerollt hat oder so ein Bullshit? Ja, ja, müsste er gegen Ringpfosten gewesen sein, genau. Oh Gott. Jetzt bin ich gleich zehnmal weniger gehypt auf das Match. Stimmt, ja. Das habe ich auch vergessen. Ja. Also, ja. So viel dazu. Also, ja, mehr können wir zu den Matches nicht sagen. Wie gesagt, ihr könnt den Pay-Per-View auf das WWE Network euch das anschauen oder wenn ihr kein WWE Network habt und wollt euch das auf Sky angucken, dann könnt ihr euch das für 18 Euro holen. Auf Sky Select könnt ihr euch das anschauen oder Sky Sport HD 3 mit gewissen Wiederholungsterminen wäre die Möglichkeit, euch die Pay-Per-Views anzuschauen. Und mehr können wir eigentlich auch nicht sagen, weil mehr Matches sind zu unserem Zeitpunkt nicht bekannt und wie gesagt, wir werden auch keine Preview mehr dazu machen, weil das war jetzt unsere kleine Preview, weil viel können wir einfach nicht dazu sagen. Ich denke, dass die Matches trotzdem nicht schlecht werden, die bisher angekündigt ist. Konfirmiert ist eine Vier-Match-Show bleiben und anderthalb Stunden sein oder von mir jetzt auch zwei Stunden, dann wird es mir auch reichen, aber wie wir die WWE kennen, wird noch mehr sein. Aber wie gesagt, Glückwunsch an die WWE für einen großartigen aufbauen ist für Pay-Per-Views. Genau. Das war echt stark. Genau. Man hat sich sehr stark auf Fox den Start konzentriert, aber nicht auf den nächsten Pay-Per-View. Sehr gut. Ja. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, das war das Ende der Wrestling-Woche, aber wir haben ja noch Hell in a Cell. Wir haben noch den Pay-Per-View. Genau. Wie gesagt, wir werden mal sehen, was passieren wird. Hoffentlich besser als der letzte Pay-Per-View. Geht's schlechter? Ja, doch geht's schlechter. Ich erinnere mich da nur an Crown Jewel aus dem letzten Jahr. Oder dieses Jahr. Äh, das war super Showdown. Was war denn da? Das erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Tiger gegen Goldberg. Ah, das wird schon awesome. Mit Brain Bustern mal wieder drin. Goldberg, der sich da hat. Also. Dann kam die Attitude Era wieder zurück. Ja, ganz kurz. Attitude Era Taker sich aufsetzen und einfach nur so guckt, wie what the fuck. Meister am Ende da, wo er gewonnen hat. Genau. das Bild ist ja nicht. Das ist das Match perfekt zusammen. Er hat so gedacht, was für ein scheiß Match. Ja. Und ich dachte mir so, yep. Schöne war für mich, zumindest was war geil. Als Taker fan war super, dass er bei Extreme Rules ein schönes Tag, die Match hatte. Ja, auf jeden Fall. Genau. Gut. Das war's dann mit der Show. Ja, ich würde mal sagen, wir beschließen es. Das war's. Schreibt natürlich eure Meinung in die Kommentare zu eurer, zu eurer Premiere, zu der Premiere von Smackdown auf Fox. Schreibt mal gerne rein, wie ihr es fandet. Fandet ihr es gut? Fandet ihr es schlecht? Und wie sind eure Erwartungen zu der Pay-Per-View? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich mal sagen, willst du noch was sagen? Nope. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.